Jean-Simeon Chardin – Seifenblasen Sanft und mit großer Konzentration bläst ein fein zurechtgemachter junger Herr durch ein kleines Röhrchen eine Seifenblase. Sie ist bereits zu beträchtlicher Größe herangewachsen. Um sich selbst zu stabilisieren, hat er seinen Arm auf den Steinsims des Fensters gelegt. Hier erkennen wir die weißen Ärmel des Hemdes. Generell hat dieser Jüngling viel Wert auf sein Auftreten gelegt. Die Haare sind fein zurückgekämmt und mit einem schwarzen Band zum Zopf verknotet. Jedoch umspielen zu beiden Seiten jeweils ein dickes Korkenzieherlöckchen die Wangen. Ein anderes Kind, viel jünger und mit ulkiger Mütze, ist wohl auf die Zehenspitzen gestiegen, um das Ganze zu beobachten. Wir erkennen Augen und Nase, der Mund ist abgeschnitten. In eben solcher Spannung hält Chardin auch den Betrachter. Übertreibt der Jüngling, so zerplatzt die Blase. Lässt er sie zum rechten Zeitpunkt los, entschwindet sie in die Lüfte. Wird sie zu schwer, sinkt sie zu Boden. Das Seifenglas neben dem Jungen ist noch recht voll und verrät uns, dass die beiden also noch viele Versuche starten könnten. Chardin, ein französischer Maler des Rokoko, hat mehrfach Kinder bei ihrem spielerischen Zeitvertreiben gemalt. Beim Kartenspielen, beim Federballspielen oder eben, wie hier, beim damals beliebten Zeitvertreib des Seifenblasens. Von diesem Motiv existieren nachweislich mindestens drei Versionen des Künstlers, die sich nur in der Wahl des Bildausschnittes deutlich unterscheiden. So sehen wir hier ein Hochformat, das den Blick auf einen Laubbaum oder Busch freigibt, der die Szene romantisch umspielt. In einer anderen Version, die sich im Metropolitan Museum befindet, reduzierte Chardin die Szene auf ein Quadrat und machte sie damit noch intimer. Wie ein Zoom in Film oder Fotografie sind wir als Betrachter noch näher herangerückt und können die filigranen Lichtspiegelungen auf der Seifenblase lebendig werden lassen. Inwiefern das ganze Sujet im Sinne der Homobula-Ikonografie zu verstehen ist, bleibt fraglich. Besonders in den Niederlanden wurden Seifenblasen und auch seifenblasende Kinder zu einem Vanitas-Ausdruck. Das Thema war in den holländischen Drucken des 17. Jahrhunderts beliebt, die in Frankreich weit verbreitet waren. Das Leben wurde mit einer Seifenblase gleichgesetzt, da auch dieses jederzeit enden konnte. In diesem Stich von Hendrik Golzius sehen wir eben dieses Thema mit einem Kind auf einem Schädel lehnend und mit Seifenblasenspielen dargestellt. In diesem Falle ist wohl eher zu verstehen, dass Chardin die alltäglichen Spiele der Kinder verbildlichen wollte, wie er es auch in anderen Gemälden tat, ohne jedoch eine tiefere Sinsschicht zu implizieren. Mit diesen leichten und heiteren Motiven reiht sich der Maler gut in seine Epoche ein. Im Vergleich zu anderen seiner Rococo-Mala-Kollegen bleibt Chardin jedoch recht realistisch. Dennoch hält er hier den Betrachter gekonnt in der Spannung. Wir sind aufgefordert, das Bildmotiv und den Moment zu Ende zu denken.